Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier bei Barton Kaitos, die Schwingen in der Ewigkeit und der verlorene Ozean. Wir befinden uns hier in Kumomai, das war, weil wir hin mussten. Wir haben jetzt die Kontrolle über unseren Drachen und ich bin gespannt, können wir jetzt... Was machen, warte mal. Wo gibt es überall Tiere? Jetzt muss ich überlegen. Gab es hier ein Tier? Wir haben ja noch eine Sidequist, dass wir Tiere sammeln sollen. Hier gibt es nur Shell-Fische. Aber ansonsten gibt es hier keine anderen Tiere. Doch, da ist ein Fisch. Aber das war es auch. Hm. Eins weiß ich jetzt. In, in den Dorf Zellabrai doch irgendwie Tiere. Man muss irgendwie nur Tiere ansprechen und dann... Dschungel gibt es auch jede Menge was, aber ich glaube, das handelt sich eher um Städte, ne? Ich meine, hier gab es... Ach, da oben geht es rein. Da. In Oppo meine ich, gab es jetzt auch keine besonderen Tiere, die hier rumlungern, außer dieser Shell-Fische. Ach, wo ich gerade schon mal so eine Blume sehe. Äh, ich wollte mal gucken, weil ich ja ein bisschen trainiert habe, ob ich mindestens ein Level erreichen, also erleden kann. Wenn nicht sogar noch höher. Okay, wir steuern... Okay, der kann auf 36. Hm. Der ist am niedrigsten. Okay, Shell-Fische muss ich wohl mal aussetzen. Ach ja, sie hat ja... Erfahrungspunkte von der Eiskündigung bekommen. Okay. Okay, die ist sogar jetzt höher als Sivina. Interessant. Okay. Alle gelevelt. Sehr schön. Keine neue Rangerhöhung. Und dann schauen wir mal. Wie weit es noch ist, bis zum richtigen Finale. Könnte bald geschehen. Dass da was passiert. Das heißt, wir können wahrscheinlich die Zeitquests gar nicht machen. Kommt drauf an, ob wir jetzt frei steuern können oder ob wir direkt... weiter... fliegen. oder in die Mitte jetzt fliegen. Was wollen wir jetzt feststellen? Gut Glück! Kommt zurück sicher! Wie ich es mir dachte... Wie ich es mir dachte... jetzt kann ich bestimmt auch nicht mitzeigen... Ich werde nicht sterben. Ich werde nicht sterben. Stärketafel. Angriffszunahme. Und was machst du? Das gleiche? Ja. Okay. Das wird ein bisschen knifflig. Okay, eins. Zwei. 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 Vier. Leider keine fünf. Aber das reichte aus. Machen wir sechs. Fünf. Vier. Eine Drei und eine Zwei. Zwei hatte ich, aber eine Drei hatte mir gefehlt. Okay. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sehr schön. Das tut definitiv weh. Das war einfach. Ich... Alles klar, das hat funktioniert. Jetzt nehmen wir erstmal die Heilung mit. Wie ihr gesehen habt. Schönes Fleisch. Hat sich das verändert? Ja, das Rindfleisch verändert sich. Aber okay. Wir haben ja noch was. Brauchen wir denn das Pökelfleisch? Moment. Schnell hier. Eine Nummer eins. Das ist gar nicht mal so schlecht. Können wir ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Gut. Wenn wir Glück haben, kann man sogar eine verdammt hohe Kombi spielen. Aber was ist hier nur geschehen? Warum belagern jetzt Monster die Stadt? Aber der ist noch unversehrt. Was hast du für mich zum Angebot? Ah ja, die Rufkarten. Die kaufe ich mal lieber. Ungekochte Reis. Kann man auch mal gebrauchen. Das kann man eigentlich auch gebrauchen. Deluxe Rotwein. Wäre auch nicht schlecht. Aber... Das geht halt anders. Laden verlassen. Gut. Ich habe euch gesagt, ich habe keine Ahnung wohin. Ich rette jetzt einfach mal Leute. Ich schraube hier ein bisschen. Okay. Eins. Zwei. Feuer erst! Feuer erst! So. Wir haben hier! Wir müssen das! Wir müssen das! Ich habe jetzt gemerkt! Wir müssen das! Weichen wir da! Aber du kannst! Wir müssen das hier. Hilfe! Das war zu einfach. Waldhorn. Eine neutrale Waffe. Ihr habt mich gerettet, danke. Ja, und ich krieg nix dafür, war ja klar. So. Greifen die mich eigentlich so an? Ne, aber ich rette die einfach jetzt mal von Monstern. Ich schraube hier ein bisschen! Wir haben gerade nix. Schade, dann werde ich das jetzt mal machen. Damit wir überhaupt attacken können. Ach ne, jetzt habe ich ja Licht und Kamera eingesetzt. Ah, was für ein helles Bild. Das ist natürlich doof. Ich will! Magik! Wiespere Wind! Ich will jetzt mal hier! Ich werde gleich so aus, um ihn zu besiegen. Ne, aber nur anzukratzen. Okay, vier, fünf. Hätte ich mal aussuchen können, ob drei, vier oder so rum. Immerhin haben wir jetzt ein Foto. Ob es hell ist oder dunkel ist, ist mir relativ egal. Garek. Kann man da rein? Okay, hier sind überall Monster. Muss ich die jetzt alle umhauen? Ich weiß es nämlich nicht. Okay, hier haben wir eine sieben. Okay, eins. Zwei. Und wieder mal keine vier in Sicht. Außer hier. Egal. Was sollen wir machen? Okay, was haben wir? Drei. Drei. Vier. Das ist gut. Fünf. Das ist noch besser. Sechs. Und. Die sieben. Ah! Das wird dir aus dem Schatten verletzen. Extrem beeindruckt. Wir sind fertig. Und da sind die haben, die Sie zu wissen. Ach, das ist natürlich jetzt fies. Eins. Zwei. Da kamen die zwei natürlich. Ich mach jetzt einfach noch den Paltpaddler. Ich mach nochmal ein schickes Foto bei ihm. Halt still! Ich greife jetzt einfach mal an. So. Und so. Und ist er immerhin vernichtet. Falls ich keine Kombi mache, dann mache ich halt so. Schaden. Nur auf Kombi spielen kann ich ja auch nicht immer. Ich muss ja auch Schaden irgendwo machen. Wenn ich mal Glück habe, bin ich zufrieden. Okay, der sieht schon mal wieder... Der ist hell und der ist anders, aber der ist... ...in der Qualität wahrscheinlich besser. Nehmen wir mal ein bisschen Geld mit. Die Monster... Sie sind weg. Ja. Kommen die jetzt immer wieder? Okay, ja. Ah, jetzt rennen sie auf mich los. Man könnte hier gut trainieren. Würde ich mal so behaupten. Die geben mir jetzt ordentlich Erfahrungspunkte. Aber ich möchte hier nicht trainieren, sondern... Ich möchte herausfinden, was hier los ist. Dafür müssen wir erstmal nach oben gehen. Und zwar hier. Hier sind direkt zwei Monster. Er hat eine Schiff im Bauch. Er hat nicht mehr... Okay. Muss ich jetzt raus? Waren wir hier noch gar nicht? Nee, hier waren wir noch gar nicht. Hinter Metzor. Oh, das ist gut. Das ändert hier... ...alles bei Lüt. Können wir endlich mal... ...neu anfangen. Ach, schmeißen wir nochmal hier raus. So, Angriff. Können wir ein Licht... Ja gut, Licht und Finstern, das ist doof. Ah, wir nehmen jetzt einfach mal... ...gerade Lichtattacken. So, noch mehr. Ja, da haben wir noch Lichtattribute. Gut, das heißt... ... jetzt kommen die neutralen Waffen dran. Können die auch mal mit reinnehmen. Die auch nochmal. So, und der Rest wird jetzt... ...Verteidigung. Dann nehmen wir direkt die... ...Besten mit. Das war schon Anverteidigung. Das ist mir ein bisschen wenig. Das ist mir zu wenig, um ehrlich zu sein. Das... Das wäre... ...hören wir mal... ...was mit, dann haben wir Schatten... ... und Feuer. Und Licht als... ...Angriff. Ich bin gespannt, wie die... ...wie das Intermetz so aussieht. Hm. Wo müssen wir überhaupt hin? Nach oben. Raus. Und warum, weshalb, weshalb, wieso... ...sind hier... ...die... ...Munster. Ich gehe jetzt mal oben... ...den Typen retten. Hier sind... Okay, da ist auch noch einer. Mach es interessant, bitte? Was haben wir denn? Ähm, was haben wir denn? Zwei... ...drei... ...und wieder mal keine Vier-Hinsicht. Das ist natürlich nicht schön. Okay. Eins... ...zwei... ...drei... ...vier... ...und fünf. Ich hoffe, dass du mit dir wegkriegst. Extremer Attack. Intermetz, doch. Hm. Ne, da finde ich die Schattenattacke viel besser. Muss ich gestehen. Okay. Eins... ...zwei... ...ich würde sagen... ...drei... ...nein! Nein, 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 nein! Ich hätte mehr machen können. Schade. Moment, wir machen mal... ...schönes Fleisch. Wenn ich das gerade hier sehe. So. Okay, was haben wir? Acht. Sieben. Nein, das waren die drei. Ich wollte die sechs spielen. Dann die fünf. Dann die vier. Das hätte ein schöner Combo sein können, aber ich habe mich verdrückt. Falsche Richtung. Hm. Das war leicht. So. Okay, Druckwelle brauche ich nicht. Nehmen wir das. Schöne Fleisch. Fleisch. Okay. Hallöchen. Ich bin so dumm. Was habe ich mir dabei gedacht? Meine eigene Gondel zu verkaufen. Jetzt habe ich zwar Geld, aber was nützt das, wenn ich nicht lange genug lebe, um es zu genießen zu können? Ja, das ist wohl wahr. Wo muss ich überhaupt hin? Egal, ich rette jetzt erst mal die Leute. Ich bin bereit, um zu treffen. Ich bin bereit, um zu treffen. Ähm, was haben wir schon? Drei. Vier. Eine schöne Fünf wäre jetzt. Gut gewesen. Dann hätte ich eine schöne Combo rausholen können. Ähm. Ähm. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Und... Ne, drei habe ich nicht. Aber es reicht aus. Dann habe ich wohl wahrscheinlich falsch gehandelt. Gucken. Okay. Von mir aus. Nehme ich. Muss ich jetzt überall rein? Dann ja. Hier ist nichts. Muss ich nochmal nach unten? Achso, die ich jetzt befreit habe, die... Die... Verschwinden auch. Das ist gut. Bringen sich in Sicherheit, hoffe ich mal. Warte, was geblitzert. Nein. Hier ist auch nichts. Kann ich raus? Untertitelung des ZDF-Spıyorlar, Untertitelung des ZDF, 2020